Hi, hier ist Arno Nils. Speeddrifter Simulus Mini Hovercraft. Taugt das was? Bin mal gespannt. Fernbedienung. Drei verschiedene Farben. Lass uns überraschen. Sagt cool aus. Schauen wir mal. So, ausgepackt ist es. Ihr werdet leider ein bisschen verarscht. Das ist hier nur ein Stück Plastik. Das ist gar nichts. Sieht nur so groß aus. Also vergisst es. Und das witzige ist, meine Kamera hat versucht Face Detection. Das ist kein Gesicht. Das ist die Fernbedienung. Wir brauchen noch 4x AAA Batterien. Die kommen hier rein. Aufgeschraubt. Und vier verschiedene Marken. Da braucht man keine Angst haben. Product placement. Blablabla. Nein, ist es nicht. Los. Und wieder zudrehen. So. Ihr könnt sehen, LED leuchtet. Huhu. Dieses Teil ist nämlich gar nicht so groß. Das ist nur so ein aufblasbares Luftkissen. Ist natürlich nicht schlecht. Ein ganz kleiner On- und Off-Schalter. Ganz winzig. Ganz mickrig. Hier kommt das Ladekabel rein von der Fernbedienung. Hat er schon mal ein bisschen Strom? Ich habe keine Ahnung. Ich mache es an. Ohne aufgeladen zu haben. Oh. Halt. Hier bleiben. Hey, 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 Freundchen. Cool. Es schwebt. Das ist der Regler. Und hier steuert ihr. Rechts, links. Also eigentlich nur dieser kleine Flügel, Ring, keine Ahnung, das Teil da hinten. Damit dirigiert ihr ihn. Da ist ein Akku drin. Und hier ist ein kleiner Propeller. Äh, halt. Du sollst schweben, nicht? Cooles Teil. Halt, halt, halt. Flapsi. Okay. Okay, ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr Auslauffläche. Hey, Freundchen. Ist ja gut. Loll. Hier bleiben. Äh, halt. Ah, ihr könnt auch sehen. Das wollte ich auch nochmal zeigen. Das ist der Regler. Für den unteren Luftstrom, um das Kissen aufzupumpen. Ich mache nochmal einen Test auf dem Boden. Ich müsste da mal einen Staubsauger ranpacken. Dann hätte ich gleich einen Krümelsammler für den Fußboden. Ist mal ein Hoovercraft. Aber ich denke mal, ich werde den nochmal ein bisschen aufladen müssen. Kabel. Kann man hier rausholen. Hoffe ich doch. So, mal sehen. Das hat dann natürlich richtig Kraft. Aber nee, ich glaube, der hatte schon genug Saft. So, kleiner Start nochmal. Aber ob er auf dem Wasser fahren kann. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ist zwar ein bisschen abgedichtet hier. Aber da ist doch noch ein bisschen frei. Und bevor die Kontakte nass werden. Ich würde es jedenfalls... Halt. Ich würde es nicht riskieren. Nein. Ein Versuch auf den Teppich. Los. Teppich mag er gar nicht. Er schwebt zwar ein bisschen. Ein kleines Test in der Küche. Ein bisschen weniger Gas. Juhu. Es war witzig, aber... Nee. Also an sich ein witziges Teil, aber... Nee, weiß nicht. Da habe ich schon... Juhu. Kurzfristig, okay. Wenn ihr das für den guten Preis... ...gekommt, ist okay. Okay. Bisschen mehr dazu. Kommt er rüber? Nope. Kommt er auf. Aber hoffen kann er. Halt, Freundchen. Hm. Vielleicht werde ich nochmal den Akku voll aufladen. Vielleicht hat er mehr Power dann. Aber so... Ist okay. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Willkommen. Ich bin ja Larsa... Tschüss. Vielen Dank.